Ein Beitrag der Deutschen Mitte Zum Thema Familienpolitik der Deutschen Mitte. Wir sehen ja, dass die Familie, so wie sie jetzt gelebt wird, in Deutschland nicht funktioniert. Das Prinzip der Kleinfamilie, kann man ja so sagen, ist gescheitert. Könntest du das ein wenig erläutern? So wie ich das beobachte, verwahrlosen Kinder immer mehr körperlich, geistig und seelisch. Weil die Eltern im Hamsterrad gefangen sind und oft beide Elternteile Vollzeit beschäftigt sind. Und da bedarf es einer Veränderung. Veränderung in welcher Art? Was ist deiner Meinung notwendig? Die Stärkung der Familie ist notwendig, da nämlich ganz viel Wissen und Kompetenz verloren gegangen ist bei den heutigen Elternteilen. Da auch das Konzept der Großfamilie verloren gegangen ist. Die Eltern heutzutage beobachte ich oft als nicht kompetente Erziehungsberechtigte vielleicht. Sie brauchen viel mehr pädagogisches Fachwissen und ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass Pädagogik zu einem Pflichtfach oder einem Hauptfach in der Schule wird, damit viel mehr Wissen um die frühkindliche Erziehung den Eltern, den zukünftigen Eltern beigebracht wird. Oder auch den Menschen, denn alle Erwachsene haben, in irgendeiner Form einen Kontakt zu Kindern. Und ganz viele Fehler könnten eigentlich ganz leicht vermieden werden, wenn man ein Wissen um die frühkindliche Erziehung oder Entwicklung hat. Es gibt ja dieses Konzept des Mehrgenerationenhauses. Es war ja früher ganz normal, dass Großeltern, Eltern, Kinder in einem Dorf, in einem Haus gewohnt haben. Wäre das eine Möglichkeit, da auch hinzukommen? Das wäre eine ganz famose Möglichkeit. Ich habe nämlich auch oft beobachtet, dass Eltern verunsichert sind, wenn die Kinder körperlich kranken, wenn die irgendeine Krankheit haben. Oder auch sei es nur erhöhtes Fieber und dann viele Eltern direkt in die Notaufnahme eines Krankenhauses pilgern, weil sie sich unsicher sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und wenn man dann eine Großmutter hätte oder eine Großtante, die schon drei, vier Kinder vielleicht großgezogen hat, die dann beruhigen könnte und sagen könnte, nee, Kinder können schon ruhig bis 39 Grad Fieber haben, die können damit viel besser umgehen. Da müssen wir jetzt nicht ins Krankenhaus gehen, sondern machen einfach nur kalte Wadenwickel. Das wäre schon sehr hilfreich. Und es gibt ja auch dieses wunderbare afrikanische Sprichwort, das besagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Die Verantwortung nur auf Mutter und Vater zu übertragen, ist zu groß. Die Eltern sind ja auch nicht immer 24 Stunden bei den Kindern, sondern die sind auf der Straße unterwegs, auf dem Spielplatz. Und wenn man da andere Erwachsene hätte, die dann auch mal eingreifen könnten und was korrigieren könnten am Verhalten der Kinder, das wäre schon sehr hilfreich und würde die Eltern entlasten. Ich kann mir gerade gut vorstellen, dass jetzt irgendwelche Leute aufschreien und sagen, das kostet alles Geld, wer soll das bezahlen? Hast du da eine Idee? Ich glaube, es gibt genug Geld im System. Es darf umverteilt werden. Genau. Heutzutage ist es ja auch so, dass viele Familien auseinanderbrechen, dass Eltern sich trennen und Kinder dann bei einem alleinerziehenden Elternteil groß werden. Und da wäre es sinnvoll, sich die Steuerpolitik nochmal anzuschauen und nicht eine kinderlose Ehe steuerlich zu fördern, sondern auch wenn Elternteile nicht verheiratet sind oder wenn sie offiziell getrennt sind, dass das Elternteil, in dessen Haushalt sich die Kinder hauptsächlich aufhalten, dass das staatlich steuerlich gefördert wird. Ja, ein sehr guter Punkt. Es sollte ja nicht so sein, dass eine, sagen wir mal in dem Fall eine Mutter, die ihr Kind erzieht, getrennt lebend ist, irgendeinen Job annehmen muss, um ein bisschen Geld zu verdienen und dass das zu Lasten der Kinder geht. Und in unserem Land, in Deutschland, wir haben genug Geld. Wir haben so viel Geld, dass, wie schon richtig gesagt hast, umverteilt werden sollte. Wenn ich überlege, der Ukraine-Konflikt, dafür ist gerade Geld ohne Ende da. Die Zahlen sind ja schwindelerregend, wie viele Milliardenbeträge plötzlich locker gemacht werden können, um irgendwelche Kriege zu befeuern. Das heißt, für die Leute, die nicht glauben wollen, dass wir kein Geld haben, hier liegt falsch, ihr Lieben. Es ist so viel Geld hier. Unsere Steuereinnahmen, ich habe vor kurzem gehört, wir hätten letztes Jahr, vorletztes Jahr, eine Rekordsteuereinnahme erzielt in Deutschland. Also Geld ist kein Thema, es ist da. Allein, wenn wir ein Panzer nicht bauen würden, wie viele Familien dafür ihre Kinder vernünftig erziehen könnten. In Skandinavien gibt es zum Beispiel auch Modelle, wo Eltern finanziell unterstützt werden, wenn sie ihr Kind nicht in den Kindergarten geben. Dann bekommt nämlich dieses Elternhaus das Geld, das eine Kindergärtnerin anteilsmäßig für die Erziehung des Kindes bekommen würde, bekommt dieses Elternhaus. Mit der Elternzeit und dem Elterngeld ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung unternommen worden, aber es könnte noch weiter gefördert werden. Schulen müssten vielmehr finanziell unterstützt werden. Der Schlüssel Lehrer und Schüler in einer Klasse ist viel zu groß. Auch der Staat sollte sich aus den Schulen, aus dem Lehrsystem zurückziehen. Also meiner Meinung nach sollten der Staat Leitplanken vorgeben und nicht mehr. Nur das Allernotwendigste und die Innereien von diesem System müssen die Schulen mit den Schülern machen, dass der Schüler im Mittelpunkt steht. Die bestmögliche Ausbildung, wobei auch keine Zeit kein Thema spielt. Wenn ein Kind, alle Kinder müssen individuell betrachtet werden und wenn ein Kind ein Jahr mehr braucht oder zwei, dann ist das so. Wir sollen weg von diesem Schulsystem, das industriekonforme Leute ausbildet, sondern dass die Kinder sich ihrer selbst bewusst werden, was sie wollen, was ihr Schwerpunkt ist, was ihre Berufung ist. Ja, wofür sie brennen. Wofür sie brennen, genau. Also ein gutes Mittel wäre zum Beispiel auch, das Alter der Einschulung nach hinten zu versetzen. Das war in Deutschland früher ja auch so. Die Kinder wurden nicht mit sechs Jahren eingeschult, sondern mit sieben. Dann sind sie eher schulreif. Oder die Klassen stärken, verkleinern. Wäre es auch eine gute Idee, wo wir gerade hier mit Familienpolitik dabei sind, die, dass Kinder sechs Jahre lang von ihren Eltern betreut werden und nicht, so wie es jetzt ist, weniger? Wenn die Eltern kompetente Elternrollen übernehmen, dann wäre das mit Sicherheit gut. Denn die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern ist das Fundament einer gesunden Entwicklung der Kinder. Und heutzutage verbringen Kinder sehr wenig qualitative Zeit mit den Eltern. Ja, prima. Vielen Dank. Vielen Dank.